Wir sind heute am Fossil Beach, am Eingang vom Fossil Beach, mit seinen 75 Millionen Jahren alten Ablagerungen, fossilen Ablagerungen, die man allerdings nur gut erkennen kann, wenn Ebbe ist, was wir heute mal hoffen. Wir sind heute am Eingang vom Fossil Beach, am Eingang vom Fossil Beach, am Eingang vom Fossil Beach, Am Eingang vom Fossil Beach Heute ist es ein bisschen windig und der Wetter bricht, hat heute Vormittag noch ein bisschen Regen angesagt. Der Wetter bricht, hat heute mit dem Böden und der Wetter bricht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe einen Schrauben, einen Schrauben und einen Schrauben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.